und vor der golden gate bridge zumindest virtuell bin ich jetzt verbunden mit marco schula dem mann der für die ard im silicon valley sitzt und tatsächlich das ganze nicht nur als virtuellen hintergrund hat sondern jeden tag auch in san francisco ist guten morgen beziehungsweise guten abend marcus bei dir ist es jetzt 22 uhr und du hast einen langen tag hinter dir trotzdem danke dass du dass du dabei bist du bist gerade aus deutschland zurückgekommen in die usa wir waren wir waren das erste mal christian nach zwei jahren wieder in deutschland mit unserer kleinen zehn monate alten tochter haben wir die großeltern besucht die sich ganz arg gefreut haben endlich ihr enkelkind in den armen zu halten wir haben sie im schwäbischen nahe stuttgart protestantisch wie es sich für uns schwaben gehört getauft und sind vor wenigen stunden in san francisco wieder gelandet und es ist schön wieder hier zu sein wir haben festgestellt nach diesen drei wochen deutschland wo es wirklich sehr schön war und wo wir ganz viele unterschiede auch festgestellt haben nach zwei jahren total in den usa zu leben ohne ein einziges mal quasi nach deutschland rüber zu spiegel dass uns doch kalifornien sehr fehlt nicht nur wegen der sonne das kann ich mir gut vorstellen ich sitze gerade hier in schwaben hier scheint die schwäbische sonne ich würde sie aber sofort gegen kalifornische sonne wieder eintauschen markus wir wollten nicht nur über schwaben und dessen vorzüge reden und auch nicht nur über deutschland und die usa sondern über die großen vier und der amerikanische professor scott galloway beispielsweise gilt als einer der 50 besten wirtschaftsprofessoren der welt der hat jetzt in einem interview mit der fhz sehr deutlich gesagt man muss diese firmen zerschlagen muss man das ja das ist ein altes mantra das ist nichts neues das sagte professor galloway der an der junior new york university unterrichtet schon seit eigentlich vielen jahren und ich glaube er hat damit ziemlich recht der kongress hat sich ja schon viele monate mit diesen großen vier tech konzernen beschäftigt hat auch gesetzesvorschläge gemacht und die politiker in washington die werden immer ungeduldiger wenn es um die großen tech konzerne geht da werden dann auch gerne mal vergleiche gezogen wie im 19 jahrhundert zur eisenbahn oder damals in den 80er jahren zur zerschlagung des telekom riesen AT&T also die politiker die sind ganz unruhig in washington und man beobachtet jetzt in diesen wochen sehr genau wie reagieren wie geben sich diese technologie konzerne hier im silicon valley wie stellen die sich auf ist das denn aus amerikanischer rechtsprechung überhaupt realistisch dass man sagt man zerlegt jetzt also galloway spricht ja von neun bis zehn firmen in die man zum beispiel google zerstückeln sollte das ist die große frage die keiner so richtig beantworten kann was wir hier mitbekommen ist zum beispiel dass die neue chefin der fcc zum teil recht heftig angeschossen wird also von amazon wird gesagt die dame ist für uns nicht zuständig sie ist befangen sie hat damals eine universitätsarbeit erstellt die sehr kritisch mit amazon umgegangen ist das in das gleiche horn schlägt auch facebook also da versucht man sich natürlich schon jetzt zu wehren ob das ein bestand haben wird das wird sich erst noch zeigen aber den politikern in washington ist natürlich diese markt macht die dominanz von google von apple von amazon und von facebook mittlerweile ziemlich suspekt lass uns mal kurz über diese markt macht reden die du gerade ansprichst die ist er während der pandemie tendenziell eher noch größer als kleiner geworden und gleichzeitig denke ich mir dabei aber immer dass man auch sieht um wie viel besser diese firmen unser leben ja gemacht haben das kann man ja nur nicht bestreiten also wir hätten die pandemie wahrscheinlich ohne amazon deutlich schwerer überlebt ein leben ohne smartphone ohne tablets vollkommen unvorstellbar und da vergisst man ja immer dass es der große steve jobs mit apple war der diese sachen eingeführt hat unsere kommunikation ohne den facebook konzern schwer vorstellbar wenn auf einmal auch whatsapp und instagram weg wären kurz gesagt solche firmen haben ja auch eine innovationskraft was wiegt aus deiner ganz persönlichen sicht höher diese innovationskraft die diese firmen haben oder eben doch die tatsache dass sie als quasi monopolisten wettbewerb behindern christian das betonen diese firmen natürlich auch immer und sie sagen sie stellen viele hunderttausend arbeitsplätze zur verfügung sie powern die wirtschaft an sie sorgen für innovation doch dahinter muss man überall ein fragezeichen machen mittlerweile denn viele firmen werden von den googles und den facebook und den apples jedes jahr aufgekauft diese firmen die können am markt etwas bewegen die könnten vielleicht sogar das nächste google sein aber so lange können sie sich gar nicht entwickeln denn vorher werden sie eben von diesen riesen die so gigantisch viele milliarden auf ihren bank konnten horden werden sie quasi vorher aufgekauft und dann zurückgehalten also diese frage kann niemand so genau beantworten es ist aber auch klar dass diese großen unternehmen riesige marketing und pr schlachten in washington mittlerweile abfeuern man muss sich nun mal angucken wie viel mitarbeitende facebook oder amazon in washington angestellt hat um gutes wetter für diese konzerne zu machen und andererseits glaube ich könnte die innovation könnten neue unternehmen könnten neue ideen vielleicht doch besser befördert werden wenn sie eben nicht von diesen großen konzernen aufgesogen werden sondern wenn kleine unternehmen auch wirklich berechtigte chancen haben und genau das so sagt jedenfalls der us-kongress ist schon lange nicht mehr der fall weil eben die großen unternehmen diese kleinen start-ups die innovative ideen hervorbringen schnell wieder aufkaufen und guckt man sich mal den mobilfunkmarkt an zumindest in europa hat dort google mit seinem android betriebssystem und mit seiner suchmaschine marktanteile jenseits der 90 prozent also von fairem wettbewerb kann dort schon lange nicht mehr die rede sein ich würde gerne noch einen kleinen schlenker zu einer sache machen die vielleicht auf den ersten blick gar nicht so viel mit dieser wettbewerbsgeschichte zu tun hat die aber aus meiner sicht spannend wäre und du kannst es besser beurteilen logischerweise als ich weil du direkt davor sitzt ich lese hier immer wieder so geschichten dass es immer mehr mitarbeitende gibt die beispielsweise das valley und den großraum san francisco verlassen weil es ihnen schlicht und ergreifend zu teuer wird es gibt kritiker von stadtentwicklungen die sagen das valley macht eigentlich eine region wie den großraum san francisco ich will nicht sagen unbewohnbar aber unattraktiver weil wahnsinnig teuer weil irgendwie alles sehr sehr komplex und schwierig das letzte mal dass ich als ich in san francisco war das ist inzwischen auch zweieinhalb jahre her aber da hatte ich auch den eindruck das ist inzwischen die teuerste stadt der welt ist es tatsächlich so nimmst du das auch so war und gibt es diese bewegung raus aus dem valley also christian um die fragen zu beantworten erstens ja diese bewegung die gibt es die betrifft vor allem auch jüngere menschen die es sich leisten können wieder zurück zu den eltern zu ziehen oder in andere regionen weil sie keine familie haben und zweitens es ist teurer ich kann das direkt auch mit deutschland vergleichen ich war vor zwei stunden gerade mal bei trader joe's das ist eine tochterfirma von aldi einkaufen und habe den einkaufswagen mal voll gemacht und was habe ich bezahlt 140 dollar das sind so umgerechnet 120 euro in deutschland hätte ich da vermutlich ja also wenn man es mal schön rechnet 70 oder 80 vermutlich weniger bezahlt und da wäre ich vermutlich nicht bei lidl oder aldi gelandet sondern bei edeka die ja so oder so etwas teurer sind ja diese region ist unglaublich teuer geworden die mietpreise sind hier in den vergangenen jahren gestiegen eine zimmerwohnung kostet um die dreieinhalb tausend dollar also um die 3000 euro das ist schon wahnsinnig teuer und das silicon valley schießt sich damit selber ins knie die jungen entwickler die programmierer frisch von der uni die wollen nicht in silicon valley ziehen nach mountain view oder palo alto dort ist es eher stinke langweilig denn dort werden die gehsteige um 18 uhr nach oben geklappt die wollen natürlich nach san franzisco und san franzisco ist eben sehr teuer dort sind die mietpreise für diese ein zimmer wohnungen in den vergangenen monaten aufgrund der pandemie auch leicht gesunken aber die menschen wollen gerade familien wollen gerade raus wieder aufs land die suchen häuser wo man auch ein arbeitszimmer dann zu hause hatte ich erinnere an google und andere tech firmen wie dropbox die sagen ihr müsst eigentlich gar nicht mehr in die firma in die firmenzentrale nach san francisco kommen sondern ihr könnt solange ihr wollt auch von zu hause aus arbeiten und mit der delta variante die auch im silicon valley gerade um sich greift dort haben die tech unternehmen sagen jetzt auch google und facebook mitarbeitende bleibt lieber zu hause wir verlängern vermutlich diese diese heimarbeitsplätze diese regelung noch über den herbst hinaus eigentlich sollten ja ab september wieder in den großen tech konzernen die tech arbeitenden an ihre arbeitsplätze zurückkehren das dürfte wohl jetzt nicht mehr der fall sein mit der delta variante also dort ändert sich gerade einiges und silicon valley und san francisco insbesondere die leiden darunter dass immer mehr menschen von hier weg ziehen weil sie sagen das ist ihnen schlichtweg zu teuer die hohen preise die hier aufgerufen werden die sind sie nicht mehr bereit zu bezahlen lass uns mal noch einen kleinen blick zum abschluss in die zukunft werfen was denkst du wo werden sich diese konzerne hin entwickeln nehmen wir mal an sie werden jetzt nicht in absehbarer zeit tatsächlich filetiert und zerschlagen scott galloway hat die interessante these beispielsweise aufgestellt er entwickelt oder er denkt dass sich amazon in den gesundheitsbereich hin entwickelt dann habe ich erst gedacht was wollen die im gesundheitsbereich und er hat dann halt vor allem mit den mit den ganzen alexa geräten argumentiert hältst du das für realistisch wo werden sich die die konzerne hin bewegen also das ist natürlich auch wieder diese diese berühmte kaffeesatz leserei frage aber amazon hat diesen trend und da hat galloway recht schon von einigen jahren eingeläutert vor ungefähr drei jahren hat amazon bekannt gegeben dass es jetzt auch arzneimittel zumindest hier in den usa versenden wird und in diesen attraktiven markt einsteigen wird der gesundheitsmarkt in den usa ist völlig anders organisiert als in deutschland dort sind milliarden beträge zu verdienen und mit der infrastruktur die amazon hier hat ist dieser markt auch relativ leicht zu attackieren also das ist überhaupt keine illusion oder keine utopie dass amazon hier tätig werden könnte die finanzmacht hat dieses gigantische unternehmen schon längst wohin sich die anderen unternehmen wickeln apple stichwort autonomes fahren oder google ebenfalls autonomes fahren und ki technologie das sei mal in den sternen geschrieben aber dort passiert unglaublich viel und diese unternehmen haben sich natürlich auch für die zukunft sehr sehr breit aufgestellt es wird für die wettbewerbshüter aber auch die politik in washington wenn es denn überhaupt zu einer zerschlagung kommt unglaublich schwierig diese unternehmen zu zerschlagen beispiel facebook dort hat man in den vergangenen zwei jahren ganz heftig daran gearbeitet diese plattformen von whatsapp von instagram von facebook facebook messenger miteinander so zu vernetzen dass später die wettbewerbshüter kaum herkommen können und sagen zerschlag doch mal diese unternehmen wieder in ihre einzelteile weil sie so eng miteinander verzahnt sind dass es zumindest technisch kaum mehr möglich sein wird diese nutzerdatenbasis auseinander zu dividieren das ist genau dieses spiel auf zeit das mark zuckerberg der chef von facebook in den vergangenen monaten angeschlagen hat bei facebook bei google sieht es wieder anders aus und bei apple konnte man die strategie in den vergangenen monaten natürlich klar sehen dort gibt man sich als freund der verbraucherinnen und verbraucher als sachwalter des datenschutzes dort hält man das wort der privatsphäre ganz hoch facebook geht dort eher in die duckmäuserische stellung und vergräbt sich sunday pichai macht da keine glückliche figur als vorstandsvorsitzender von alphabet und mark zuckerberg der tritt eben die den angriff nach vorne an und versucht so schnell wie möglich diese technischen plattformen so zu zerschmelzen dass die wettbewerbshüter in washington später überhaupt keine chance mehr haben facebook zu zerschlagen wenn wir jetzt schon von zukunft reden markus müssen wir auch noch ganz kurz von deiner ganz persönlichen zukunft reden du bist jetzt seit ich glaube vier jahren im valley wie lange wirst du noch bleiben kannst du es absehen und vor allem wenn ich dich richtig verstanden habe wenn du das valley jemals verlassen wirst dann zumindest mit einem weinen also kalifornien ist eine tolle region als aad korrespondent hat man vertrag der in der regel für fünf jahre angelegt ist und für fünf jahre läuft meine familie ist hier meine tochter ist hier geboren uns gefällt diese region unglaublich sie ist sehr liberal hier kommen menschen aus allen ländern der welt hierher und das macht diese wirtschaftliche stärke das muss man bei aller kritik an den tech unternehmen auch sagen das macht diese wirtschaftliche stärke das silicon valley auch aus dass eben so viele menschen aus so vielen verschiedenen regionen hierher kommen und hier ihren erfolg suchen wollen das ist einzigartig auf der welt das kann man auch nicht irgendwie nachbauen indem man sagt man möchte ein silicon valley in baden württemberg oder in bayern aufbauen das ist das ist eine herkules aufgabe die über viele jahrzehnte geleistet werden muss um überhaupt annäherungsweise dort ranzukommen und diese tech unternehmen die sind technologisch uns in europa so weit überlegen da haben wir es sehr sehr schwierig also insofern weinendes auge weil es natürlich unglaublich spannend ist diesen technologie unternehmen zuzugucken was sie da machen und weinendes auge natürlich auch weil wir hier unglaublich viele nette tolle interessante spannende leute in den vergangenen jahren kennengelernt haben die hier in kalifornien leben und die nicht unbedingt immer amerikanische staatsbürger sind alles klar lieber marco schula dann danke ich dir erstens ganz ganz herzlich für diese vielen spannenden einblicke wünsche dir ein gutes wieder ankommen negative corona test natürlich deiner tochter ein tolles aufwachsen in kalifornien und dir noch viele viele spannende geschichten bin mir ganz sicher wir werden mal wieder im rahmen eines podcast oder ähnliche geschichten miteinander drüber reden in dem sinne vielen dank marco schula das war jetzt 10 2 4 5 3 4